Frohes neues Jahr von Eddie Green Es regnete in Strömen, mein Smartphone war verschwunden, ich hatte in den Vorgarten meiner Freundin gekotzt und zu guter Letzt beim Weggehen noch geschrien, dass ich Schluss machen werde. Mein Vorsatz für das neue Jahr? Kein Alkohol mehr. Während ich dies laut vor mich herleite, brach die Stimme in meinem Kopf ein schallendes Gelächter aus. Ich ignorierte sie einfach. Genau wie die Straßenschilder und sonstigen Hinweisen, die mich nach Hause geführt hätten, wenn ich nüchtern genug gewesen wäre, sie zu entziffern. Zum Glück fand ich nach einer Weile eine überdachte Bushaltestelle. Ich setzte mich auf die kalte Bank, zog die Kapuze über meinen Kopf, beobachtete die Äste, die der Sturm vorbeifliegen ließ und hörte dem Wind zu, der jaute wie ein verletztes Tier. Minuten vergingen, vielleicht auch Stunden, wer weiß das schon so genau. Ich war betrunken. Irgendwann jedenfalls, als der Sturm nachließ, stand da plötzlich ein alter Mann vor mir, wünschte mir ein frohes neues Jahr und fragte mich mit brummender Stimme, ob neben mir noch ein Platz frei wäre. So wie er da stand, im Licht der Straßenlaterne und mich anbrummte, hätte er auch gut ein Bär sein können, wütend darüber, dass ich in seiner warmen Höhle sitze und mich über seinen Honig hermache. Die Höhle war noch nicht einmal warm, es war arschkalt, verdammt! Jedenfalls wollte sich der alte Mann setzen. Ich nickte und wünschte ihm ebenfalls ein frohes neues Jahr. Nachdem er sich gesetzt hatte, schloss er seine Augen und schien, dem Schnarschen nach zu urteilen, sofort zu schlafen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich überlegte, ob ich meine Augen ebenfalls für ein paar Minuten schließen sollte. Aber ich entschied mich dagegen, denn heutzutage weiß man ja nie, wer daneben einem sitzt. Vielleicht ein Dieb, ein Vergewaltiger oder jemand noch Schlimmeres. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur ein alter Mann. Ein Obdachloser vielleicht. Harnlos. Ich schaute auf meine Uhr. Ein konzentrierter Blick verriet mir, dass es eventuell 4.20 Uhr war. Das würde bedeuten, wenn der Fahrplan hinter mir stimmte, dass es noch 30 Minuten dauerte, bis der Bus kommt. Eine lange Zeit für jemanden, der nur noch in sein Bett will. Als ich da so saß und überlegte, wie ich die Zeit wohl am schnellsten rumbekomme, wurde mir erst einmal bewusst, wie still es war. Vom Schnarschen neben mir mal abgesehen, denn das gehörte mittlerweile schon irgendwie dazu. Zur Bushaltestelle. Was ich meinte? Keine Autos. Keine Fußgänge. Nichts. Alles wie ausgestorben. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Das einzige Geräusch kam von den Regentropfen, die im Sekundentakt vom Dach der Haltestelle herabfielen und sich in einer großen Pfütze vor uns ansammelte. Tropf, Tropf, Tropf. Kurz bevor sich so etwas wie Angst in mir breitmachte und mir die ganzen Filmklassiker einfielen, bei denen ich zu Hause immer prallte, dass ich niemals so dumm sein würde, im Keller nachzusehen, ob da jemand ist, nachdem ich dort eindeutig etwas gehört hatte, stoppte das Schnarschen und der alte Mann fing auf einmal an zu erzählen. Die meisten Menschen halten mich für verrückt. Komisch ist, dass ich das Gleiche auch über sie denke. Mein Geschmack für Kleidung mag zwar ein bisschen von der Norm abweichen, locker, bunt und irgendwie anders, aber mir gefällt es. Kommt es nicht allein darauf an? Geben Sie mir einen dieser teuren Anzüge und ich verspreche Ihnen, dass ich nicht auffallen werde unter all diesen abgehobenen Menschen, die alle denken, dass der Tag zu wenig Stunden hat und sie bei jeder Verspätung gleich den festen Boden unter den Füßen verlieren. Beim genauen Hinsehen erkennt man die Panik in Ihren Augen. Wie Zombies schauen Sie durch einen hindurch, wenn man Sie mal mit einem Guten Tag oder einem Hallo anspricht. Ihr Körper sitzt neben mir in der U-Bahn, aber Ihr Geist befindet sich irgendwo beim nächsten Meeting. Trotzdem würde ich Sie nicht als Träumer bezeichnen. Träume sind etwas Schönes, Punkt. Denn wer findet schon Arbeiten an der Grenze zum Burnout schön? Ich nicht. Wo sind die echten Träumer? Wo die Menschen, die diesem langweiligen Leben entfliehen wollen? Ein Roboter bis zum Tod? Niemals. Ich bin ein echter Träumer. So, wie ich mein Smartphone auf Flugmodus schalte, um nur erreichbar zu sein, wenn ich es will, schalte ich meinen Kopf auf Traummodus, um der Realität zu entfliehen, wenn ich es will. Doch, wovon träume ich? Von einsamen Inseln, Sandstränden, Palmen und sanft rauschenden Wellen? Oder von einer Expedition zum Nordpol? Kommt ganz darauf an, was mich entspannt. So eine Expedition würde mich jetzt nicht wirklich entspannen, aber jeder wie er will. Denn Träumen finde ich grundsätzlich gut. Nur sollte man irgendwann auch mal wieder aufwachen und seinen Nachbarn in der U-Bahn Hallo sagen. Wegen dem Miteinander, verstehen Sie? Kriege entstehen doch, weil wir vergessen, miteinander zu kommunizieren. Davon bin ich überzeugt. Ein kleiner Smalltalk zwischendurch könnte vielleicht die Welt retten. Aber anscheinend verharren die meisten Menschen lieber auf extremen Positionen, anstatt sich aufeinander zuzubewegen, sich irgendwo in der Mitte zu treffen, bei einer Tasse Harmonie oder Kaffee oder Tee oder was weiß ich. Lieber einführen Menschen andere Menschen und schneiden ihnen die Köpfe ab, stürmen schwer bewaffnet wie ein paar fehlgeleitete Möchtegernhelden Satirezeitschriften. Ich wiederhole, Satirezeitschriften. Mein Vater hatte damals zu mir gesagt, Sohn, wenn es mit dem Humor zu Ende geht, geht es auch mit der Menschheit zu Ende. Ich finde, mein Vater war ein schlauer Mann. Früher fand ich Smalltalks auch sinnlos, künstlich und vorgetäuscht. Schließlich ist der Informationsgehalt solcher Konversationen so gering, da könnte man doch gleich anfangen und sich mit Bäumen unterhalten, dachte ich. Neulich hatte ich es mal getestet, im Stadtpark. Dort gehe ich jeden Tag spazieren, manchmal eine ganze Runde, manchmal nur bis zur Mitte. Es gibt da einen kleinen See mit Enten, füttern verboten. Am schönsten ist es dort, wenn die Sonne untergeht. Die Minuten so kurz vor Sonnenuntergang, wenn der Himmel seinen Farbkasten auspackt und mit Kreativität glänzt. Mir gefällt das. Ich stehe dann immer dort wie ein Baum und schaue einfach nach oben. Meine Gedanken auf das Schauspiel am Himmel fixiert, auf das Hier und Jetzt. Die Realität. Kein Traummodus. Nur mein Smartphone auf Flugmodus. Ich möchte da nicht gestört werden. Einfach nur dastehen und der Sonne zusehen. Ab und zu fliegen dort auch Raben vorbei oder Krähen. Ich kann dir einfach nicht unterscheiden. Wieso findet man solche Vögel immer an düsteren Orten? Ein Park ist eigentlich kein so düsterer Ort wie zum Beispiel ein Friedhof oder so, ich weiß. Aber wenn in einem Park Menschen getötet werden, wird auch er zu einem düsteren Ort. So wie dieser Park. Bestimmt wieder einer von diesen Märtyrern. Schreckliche Sache. Manchmal frage ich mich, ob die Welt nicht besser dran wäre ohne Religionen und ihre Fanatiker. Jedenfalls stehe ich den einen Tag im Park und unterhalte mich mit einem Baum. Einer Rotbuche. Ein paar Jahre älter als ich. Mir war egal, was die anderen Leute dachten. Jogger, Leute mit Stöcken, Alte, Junge, Gestresste und Bekiffte. Wir machten nichts anderes als sie auch. Wir unterhielten uns. Smalltalk. Ganz normal. Es fühlte sich gut an. Einfach mal mit jemandem zu sprechen und mich aus meiner Gedankenwelt zu befreien. Ein kurzer Augenblick in die Realität, um im nächsten Moment wieder abzutauchen. Der alte Mann verstummte. Da ich nicht wusste, was ich auf das Gesagte antworten sollte und froh darüber war, dass er nun endlich seinen Mund geschlossen hielt, blieb ich stumm, denn neben den wirren Erzählungen wählte mir eine fürchterliche Alkoholfahne entgegen. Noch fürchterlicher als meine, vermutlich. Also saßen wir beide wieder stumm nebeneinander. Just in dem Moment, in dem mir die magischen drei Worte, ach, scheiß drauf, in den Sinn kamen und ich meine Augen schließen, mich der Müdigkeit hingeben wollte, begann der alte Mann erneut zu reden. Junge, bevor ich gleich weitergehe, möchte ich dich noch etwas fragen. Nur zu, antwortete ich und musste ein Gähn unterdrücken. Darf man jemanden als Irre abstempeln oder sollte man sich eher fragen, ob man nicht selbst dazu gehört? Zum Club der Irren. Als er mich das fragte, holte ich geistesgegenwärtig meinen Personalausweis hervor und antwortete Hier, meine Clubkarte. Er drehte sein Gesicht zu mir, lächelte und ging fort. Ich schaute ihm nach. Wie ein Schatten schwebte über das Schlachtfeld aus Ästen und Überresten von Silvester. Wohin er wohl geht?